Ich war heute im E-Center, habe noch mal Tee mitgenommen, die gibt es jetzt wieder für 29 Cent. Ja, bloß Pfand, aber Pfand gibt es mal zurück. Das meiste ist Mango, Malikuria. Ja, ich werde jetzt keine mehr holen, das reicht. Und Wassermelone, also Minze Wassermelone, genau. Ja, ich glaube, das sind 20 Stück. Genau, die habe ich noch mal geholt und jetzt reicht es für uns. Genau, jetzt zeige ich euch noch, was ich bei einem Lidl mitgenommen habe. Hallihallo, meine Lieben, ich habe noch einen Teil bei E-Center vergessen. Und zwar zwei Accounts wieder bei Kochbar, gratis testen. Das ist jetzt die Bifi mit Brot, Salami Brot. Genau, Lia mag die ganz gerne. Ich finde es jetzt nicht so gut, weil wir hatten das schon mal, das ist ziemlich trocken. Aber gratis, genau. So, dann haben wir hier Lidl. Drei Gratissachen und der Rest ist 50%. Ich habe hier dreimal Proteinriegel bekommen. Das ist jetzt, ich glaube, weiß, irgendwas. Ah, hier Double White Schokolade. Für je 64 Cent, drei Stück. Spinat war gratis, dank Lidl App. Dann habe ich hier solche Popatrol für die Kids. 1,32. Einmal in diesen hier. Da gab es noch so viel mehr, aber wie gesagt, ich wollte jetzt bloß zwei mitnehmen. Popatrol ist ja gerade angesagt. Mana habe ich zweimal mitgenommen. Da gab es auch so viel. Also es war heute echt richtig voll. Ich habe halt jetzt von jedem bisschen was mitgenommen. Zweimal Mana. Dann diese hier. Die sind ja ganz einfach zu machen. 49 Cent zweimal. Diese hier waren gratis in der App. Dann, ähm, ja, wir haben keinen Hund, aber verschenken kann man es ja trotzdem. Dann hier habe ich ja immer Süß-Sauertsoße zweimal. Da gab es auch mega viele. 49 Cent zweimal. Das hier gab es mega viel. Ähm, habe ich jetzt mal vier mitgenommen. Vielleicht schmeckt es ja auch gar nicht. Mal gucken. Ähm, dann habe ich hier vier Stück mitgenommen. Ähm, das ist jetzt Brezen und Salzstange. Die kann ich zum Beispiel auch ganz gut essen. Ähm, die sind eigentlich, ähm, Weight Watchers Arm, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und auch wenn man mal krank ist, sind die auch super. Ähm, ich habe jetzt mal drei Stück mit, äh, vier Stück. Dann habe ich so Gummibärler mitgenommen. Ähm, meine Kinder essen zum Beispiel sehr gerne mal abends zum Fernseher. 1,69 statt 3,39. Viermal, da gab es auch noch jede Menge. Orangenetka gab es gratis. Niedelab, dann habe ich hier russisches Brot. Einmal noch gefunden. Für 39 Cent. Das ist ja schon ein bisschen aufgerissen. Ander, die haben dann halt noch Essen, wenn er mag. Entschuldigung. Und einmal ein Riesenketchup. Das ist ein Vorteilspack. Äh, für 1,47 Euro. Äh, ja, meine Kinder lieben Ketchup zu allem und jedem. Aber ich glaube, das mag jedes Kind. Deswegen, ja, es kommt es gerade richtig. Genau, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Hallo, mein Lieben, ich war spontan, ja, es war wirklich spontan in 2D-Wes und habe Alpropote mitgenommen. Und zwar nur dunkle Schokolade, weil mir der am besten schmeckt. Es gab ja noch Vanille, aber das ist nicht so meins. Und zwar habe ich pro Pack 29 Cent gezahlt. Die waren entweder, ich weiß es nicht, ob ich im Angebot oder nicht. Auf jeden Fall kosten die 1,29 Euro. Ähm, und, also im Prospekt sind sie nicht drin. Aber, ähm, vielleicht kosten die regulär 1,29 Euro. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Euro-Kopo verwendet und habe so pro Pack 29 Cent bezahlt. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18 Bökete bekommen. Genau, und die sind auch lange haltbar. Seht ihr hier. Und die kann man ungekühlt lagern, die muss man nicht im Kühlschrank tun. Genau, und die sind sehr punktearm und pflanzlich. Genau, mein Lieben, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hm, ich war kurz im Rewe und habe Rockstar gratis mitgenommen. Ja, ich gucke später noch, ähm, woanders. Ähm, ich würde mich zum Beispiel über Wassermelonen, das habe ich noch gar nicht gesehen, gefreuen. Mal gucken, ob ich es finde. Aber ich habe jetzt mal ohne Zucker mitgenommen. Also, ähm, einmal Berry Plast und einmal das da. Tropical Kick. Mal schauen, ob das schmeckt. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nur ein paar mitgenommen. Man muss meine Rewe alles einzeln machen. Deswegen werde ich dann nochmal gucken. Genau, bis dann. Lieben, ein bisschen drückig. Äh, wir waren kurz im Rewe. Ich habe Rockstar mitgenommen. Ich habe Wassermelonen gefunden. Äh, ich bin gespannt, ob das schmeckt. Und ich habe einmal Sour, Raspberry mitgenommen. Und zweimal, das hat mich irgendwie angesprochen. Welche Sorte ist denn das nochmal? Äh, Blueberry. Mal schauen. Mal schauen, werde ich ausprobieren. Dann habe ich noch viermal Milch mitgenommen. Die waren für 1,19 Euro beim Reale im Angebot. Minus 70 Cent Coupé. Ja, genau. Viermal. Dann einmal Kiri. Hier ist so ein Frischkäse. Classic. Äh, Schmelzkäsenscheiben. Kepaub. Und viermal, ich weiß nicht, ich habe die Verpackung gar nicht gesehen. 0,3 Real Weidemilch. Viermal. Genau. Ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Hallo, meine Lieben. Willkommen zum neuen Lidl Haul. Ähm, genau. Ich muss dann am Freitag nochmal los, weil zwei Korposam nicht funktionieren. Ich wollte noch einmal Lebkuchen holen. Ähm, genau. Und zwar gab es Pizza XXL wieder. Äh, Salami. Für 1,64 Euro. Zweimal. Dann habe ich dreimal Intermezzo. Meine Lieblingsintermezzo noch gefunden. Für 84 Cent. Dann habe ich mein Hulk-Booty-Eis gefunden. Voll viele. Äh, 1,2,3,4,5,6 mal Vanille, Salz, Karamell und einmal Schoko. Genau. Ähm, dann diese hier. Die waren auch recht lecker. Ja, wie gesagt, einmal, dann einmal Spekulatius gratis. Lebkuchen Vollmilch gratis. Und zwei Mal, Entschuldigung, Spekulatius gratis. Ich werde, wie gesagt, nochmal los und Lebkuchen holen. Zweimal habe ich das neu in der App. Musste halt alles Einzelkäufe machen. Genau. Und dann sind wir uns beim nächsten Mal. So, mein Lieben, wir kommen zum kleinen Zwischenstand. Ich war im Netto, habe hier Salzkaramell gefunden. Der ist neu. Ähm, und ich liebe Salzkaramell. Wie gesagt, Protein, äh, Schokopudding. Den werde ich morgen mal probieren. Vier Stück waren da. Die waren auch im Angebot. War 1,79 Euro. Dann von dir mal habe ich ein Herz bekommen, weil ich werde heute 31. Und dann haben die hier gratis testen pro Person. Ähm, Glade. Diese Duftstecker, da haben jetzt zwei verschiedene mitgenommen. Die gibt es im Netto. Kann man nur im Netto einlösen und die ersten 10.000 bekommen das Geld zurück. Das war's schon. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lieben, ich war einmal im Kauf und habe noch ein paar Rockstars mitgenommen. Einfach so verschiedene Sorten zum Testen. Ähm, die ich noch nicht so kenne. Ich habe noch ein paar Wassermelonen mitgenommen. Aber ich glaube, es sind vier Stück. Ähm, dann habe ich noch Zucker, äh, Hardcore Äppel mitgenommen. Äh, Wildmeister. Dann hier nochmal Sour. Mini Berry. Zuckerfrei. Ähm, dann habe ich zum Probieren diese hier mitgenommen. Diese hier. Diese hier. Diese hier. Dann diese hier. Was war noch? Dieses hier. Äh, Sour Ding. Ich schaue gerade hier. Die habe ich, glaube ich, gerade schon gezeigt. Äh, gibt es noch was? Genau, diese hier. Die gibt es noch. Dann gibt es noch... Ich glaube, ich habe alle gezeigt. Die vielleicht noch nicht. Oder? Oder? Ja, genau. Das sind so die, wo ich mitgenommen habe. Ähm, das reicht auch. Ich werde den Heidel mal holen. Aber so gesund ist es ja auch nicht, wenn man das jetzt mal so genau nimmt. Aber so ab und zu geht das schon. Ähm, jetzt dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Meine Lieben, wir kommen zum neuen Haul. Ähm, Kaufland und Lidl waren wir heute bloß. Aber Lidl waren wir sehr erfolgreich heute. Es gab viel gratis. Genau. Und viel 50%. Genau. Oh, Katze. Voll im Weg. Äh, einmal im Kaufland haben wir einmal pro Person halt. Deo und Panty ProW mitgenommen. Die kann man gratis testen. Kassenbuch hochladen und Geld zurück. Dann habe ich Backpulver mitgenommen. Die sind gerade für 69 Cent im Angebot. Dreimal kaufen minus 1 Euro Copa. Habe ich zweimal eingelöst. Dann einmal fettarmer Joghurt. Einmal Quark vom Lidl. Salami vom Lidl. Dann haben wir hier 2, 3, 4, 5, ne, 3, 4, 5, doch 5 Spekulatius-Kekse gratis bekommen. Zweimal Lebkuchen gratis. Zweimal Cookies gratis, dank Lidl App. Ähm, dann habe ich zweimal 50% Salat mitgenommen. Einmal Weißkraut und einmal Cup Karotten. Ähm, für jeweils 59 Cent. Dann ganz viele. Ja, die liebt der Liam über alles. Aber nur mit Schokolade. 74 Cent waren alle 50%. Wie gesagt, habe ich ganz viele mitgenommen. 13 Pakete oder so. Gleich, okay Liam. Zweimal Cy-Fig, dank Lidl App gratis. Da habe ich dreimal so ein Eistee mitgenommen. Er gibt ca. 12 Liter für 1,34 Euro. Dreimal für den Sodastream. Milchtrink gab es gratis, dank Lidl App. Orangen Nektar gab es gratis, dank Lidl App. Zweimal Gockel, 50%. Dann haben wir zweimal Currywurst, 50%. Zweimal Hähnchenschnitte, 50%. Dann haben wir hier 1,2,3,4,5 Lasagne, 50%. Und 1,2,3,4,5,6,7 Putinschnitzel, 50%. Dann geht es weiter mit Kaufland. Ähm, das kam noch ein Lidl mit, da wollte er nie im Umdenk haben. Einmal Paprika aus dem Kaufland. Dann diese hier wollte ich mal probieren, die waren jetzt 30%. Einmal Apfelbirne und einmal Erdbeerbananen. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Hallihallo, meine Lieben, ich war noch spontan im Kaufland. Ähm, die gibt es gratis, dank Skonto und Coopies. Weil auf beiden Apps gibt es 50%. Da habe ich jetzt die Sparkling mit Kohlensider mitgenommen. Entschuldigung, der Lirm ist sehr wehleitig, heute ist krank. Genau, das wollte ich nur kurz Zeug zeigen. Bis dann. Hallihallo, meine Lieben, ganz kurz. Äh, ich war im Kaufland, habe nochmal meinen Shampoo umgetauscht. Weil man kann das auch gratis testen. Und da ist halt mal ein Liter drin. Ähm, genau. Deswegen habe ich das jetzt geholt und das andere zurückgegeben. Ähm, ja. Und, äh, einmal Boulons. 50% weniger Fett, 70%. Ähm, da habe ich mir gedacht. Perfekt. Äh, da wir ja sowieso drauf achten, nehme ich die einmal mit. Genau, das war's schon aus dem Kaufland.